Fütulistik Gingarin ist das erste fütulistische Ingwerpräparat in reiner Bioqualität. Was viele nicht wissen, der Gingarol- und Sugarol-Anteil eines Ingwerproduktes ist verantwortlich für sein gesundes Potenzial. Durch die Kombination eines einzigartigen Herstellungsverfahrens und der Auswahl spezieller Ingwersorten ist es uns erstmals gelungen, mehr als 52 Milligramm der besonders wertvollen Scharfstoffe in nur zwei Kapseln zu konzentrieren. Eine Biomatrix aus biologisch nachhaltigem Rosmarin, Olivenöl und Sonnenblumenlecithin hilft dabei, die volle Kraft des Ingwers bestmöglich zu nutzen. Damit liefert Fütulistik Gingarin überdurchschnittlich viele Gingarole und Sugarole und das ganze Spektrum von etwa 18 Gramm frischem Ingwer in einer Tagesdosis. Fütulistik Gingarin wurde in Zusammenarbeit mit der Oncotrition GmbH entwickelt. Entdecken auch sie die pflanzliche Kraft von Fütulistik Gingarin. Fütulistik Gingarin. Ganz, natürlich, gesund.